ja und dann bin ich da hingegangen und da war dann ein da war ein wie man sagt Daiko, wie bitte? Wie man sagt, daiko der Ehe ist es so, zumme schou, na, ta kann man schwoesma ne? Daiko,你 kann schwoesma? Wie man saaak, schiechiam, schreib mal. Nein, das schreibe ich nicht. Warum nicht? Da, Zot, Tot, Zot, Na, ni, ingaim zemme schwoe ne? Na, wie man sagt, wie sagt man das, wie sagt man das, wie heißt 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 das wie sagt man das auf deutsch wie sagt man das keine ahnung auf englisch oder wie heißt das doch gleich und dann war da wie heißt das doch gleich und wie heißt das doch gleich was denn es liegt mir auf der zunge es liegt mir auf der zunge ist es liegt mir auf der zunge es liegt mir auf der zunge ist es liegt mir auf der zunge daike was denn jetzt habe ich es wieder vergessen jetzt habe ich es wieder vergessen那就应该不是很重要 所以呢,下一次,你在上课的时候,要问老师, wie sagt man das oder wie heißt das doch gleich oder,如果你覺得,你快想到的話,你可以說 es liegt mir auf der zunge 也許老师會幫你找你想不到的那個字, ok? alles klar? es liegt mir auf der zunge was denn daike, na,你趕快說, sag es doch deutsch, so einfach wie sagt man das auf deutsch deutsch, so einfach ist das deutsch, so einfach ist das wie sagt man das? wie sagt man das? wie heißt das doch gleich? wie heißt das doch gleich? es liegt mir auf der zunge 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 Vielen Dank.